MNES ist Präzision. MNES ist Ehrlichkeit vom Fahrzeug, also der Charakter vom Fahrzeug soll unter allen Bedingungen gleich sein, was man sich auf das Auto einstellen kann, vom Gefühl her. Das ist die MNES, also darum müssen wir schauen, dass diese ganzen Regelsysteme, und hier in dem Fahrzeug sind ja sehr viele Komponenten verbaut, dass diese gut zusammenarbeiten, auch über den Grenzbereich hinaus, dass die Systeme untereinander gut abgestimmt sind und dass die Systeme eigentlich vordergründig nicht merklich sind, dass sie zum guten Fahrverhalten beitragen. Wir kommen zum Klostertal, Klostertal eine schöne Kurve, um das Eigenlinkverhalten zu testen. Da kommt man gut an die Körbe ran, wie verhält sich das Auto am Kurvenausgang, ganz neutral kommen wir hier gleich hoch. Da geht es mit 1,5 G Anpressdruck hin, da kann man schauen, wie das Fahrzeug in die Federn geht, nicht dass es zu stark durchschlägt. Da geht es mit der Körbe röhnt, mit dem Fahrzeug durchschlägt.